Im Bundestag sagen Sie mal, heben Sie jetzt die rechte Hand. Mach ich. Und schwören Sie auf die Bibel. Mach ich auch. Bei mir ist es, schwöre ich auf den Gerichtsvollzieher. Hier steht es, ja. Also ich schwöre auf diesen heiligen Briefkasten, auf den Gerichtsvollzieher. Ich werde nie eine Mahnung bezahlen, weil ist der Name falsch geschrieben.